Unser Modell Höhenmensch, Unk. Zum Überleben geben wir ihm eine Keule. Ähm, vielleicht ein wenig zu groß? Ja, viel besser. Jetzt kann er uns zeigen, was es heißt, ein Jäger zu sein. Okay, Überleben war nicht einfach. Wechsel mir zur Fortpflanzung. Hier weiß er sicher, wie es geht. Oder? Erneut Ernährung. Wahrscheinlich ist er ein effektiverer Sammler. Aber Vorsicht, damals lauerte Gefahr überall. Es scheint brutal, aber zu dieser Zeit gab es ausgeprägte kulturelle Sitten. Okay, das war unerwartet. Versuchen wir einfach etwas anderes. Hey, sei bitte nicht enttäuscht. Du bist immer noch gut im Feuermachen. Jetzt lauf doch nicht davon. Ich glaube, es ist besser, wir folgen ihm auf seinen Abenteuern. Durch die urkomische Steinzeit in wunderschöne fremde Landschaften. Triff hier auf schrullige Typen. Stell dich seltsamen prähistorischen Kreaturen. Löse knifflige Rätsel und verzwickte Puzzles. Begleite Ung durch sein fantastisches Abenteuer auf der Suche nach Feuer.